Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Black Shadow ist mal wieder mit am Start. Er hat auch einen Apex Kanal, macht richtig gute Apex Videos. Unten in der Videobeschreibung abchecken, ganz wichtig. Und ja, wir stiften jetzt ein bisschen Chaos in Apex. Ich wünsche euch viel Spaß, legen wir los. Let's go. Die erste Runde wird gleich insane laufen. Ja. Die erste Runde, wir machen beide jetzt eine 20-Bomb, okay? Zusammen. Zusammen. Ja, natürlich. Also du eine 20-Bomb, ich eine 20-Bomb, okay? Okay, okay. Hast du schon eine auf Octane? Nee, tatsächlich nicht. Dann wird's Zeit. Dann wird's Zeit, ja. Ja, perfekt, Alter. Das wird gut. So, schauen wir mal, was wir für einen Drop haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen Klinik, oder? Hast du Bock auf Klinik, oder nicht Bock? Ja, doch. Geh mal ein bisschen Klinik hier. Oh, doch, doch, doch. Wurde ein bisschen verarzt, ne? Gehen wir mal direkt rein. Ein paar Doktorspielchen, man kennt sie. Soll ich ganz ehrlich sein, Jolis? Ich habe noch gar keine 20-Bomb. Oh, wo bin ich denn hier? Tschüss. Also ich bin unten. Mein Game lag irgendwie seit heute so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Achso, es könnte vielleicht dran liegen, dass mein Zimmer einfach 27 Grad hat. Und meine Dings nicht kühlen hier sind. Oh ja, okay. Achso. Die ist so warm? Ja, ich habe meinen PC den ganzen Tag schon laufen lassen. Und ja, das ist definitiv so. Aber das wird so warm bei dir? Krass. Wie groß ist eigentlich dein Aufnahmezimmer? 14 Quadratmeter. Boah, ja, geht aber eigentlich. Ja. Ich werde angeballert. Aua. Der macht Aua, der macht Aua. Die machen beide Aua. Ich bin tot. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Warum leckst du es denn so? Ey, ich bin so viel wie mich. Ja, ich bin auch weg. Das ist jetzt nicht gut. Wir wollten doch beide eine 20-Bomb machen. Ich wurde leider von oben geholt. Das kann es jetzt nicht sein. Oh nein, hier sind zwei Squads. Hier sind drei Squads, um ehrlich zu sein. Hier sind, glaube ich, sogar vier. Ja, das kann so zählen sein. Ich komme sofort. Ich versuch mal. Ja, ich versuch mal. Ich bin doch da. Komm. Mach dir keinen Kopf. Um uns, wir kommen klar. Wir kommen klar. Was kommt mit deinem aus Contra? Ich glaube, es ist irgendein Zitat aus Contra-Cast. Oh, oh. Oh. Ich habe das Gefühl, er wird sich runter springen. Vielleicht auch nicht. Dieser Ballastik macht mich irgendwie kirre. Ja, fühle ich. Oh. One Shield wäre das schön. Oh. Oh, ja. Oh, ja, guck mal. Weißt, was ich meine? Ach, da kommt einer von hier. Glaube ich. Ich habe ihn gelösse getroffen, Leute. Ich komme mal von oben. Ich komme von oben. Nein, 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 bleiben unten. Wir machen den Tricksten und Tarnungen und Tricksten. Okay. Okay, das ist das zweite. Ich bin... Ich habe... Alles klar. Ich habe solche Kassen-Lags. Holy shit. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe so... So harte Legs. Ja. Ich glaube, das liegt an der Temperatur. Mal zu machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Egal, holst du sie easy. Easy holst du sie. Ich glaube doch nicht. Doch, komm. Ich glaube nicht. Das ist eine Charge-Rifle. Komm, stell dich nicht so an. Hast du eine Charge-Rifle oder habe ich das falsch gesehen? Ja, ich habe eine Charge-Rifle. Ja, perfekt. Das ist die beste Waffe. Achtung. Fertig. Boah, er holt sie halt wirklich. Oh mein... Erstmal mit dem Ball. Ja, schade. Ups. Ja, war noch ganz nett eigentlich. Ey, ich sage es dir. Ich habe so kranke Legs. Ich glaube, ich kann das an der Temperatur liegen. Könnte sein, ja. Könnte halt wirklich sein. Das fühle ich gar nicht. Feier ich nicht. Nee, das ist nicht so geil. Was hast du für eine Kühlung? Wasserkühlung? Oder hast du... Oh, ja. Für die Grafikkarte normal. Founders Edition. Kühlungsdingens. Stüssel, Manessel. Dings da. Aber 27 Grad ist wirklich 27 Grad bei dir im Zimmer? Warte, ich gucke. Oder war das so nur gesagt? 28,4 haben wir gerade. Ach, du Scheiße. Und das Ding ist, ich bin halt... Das Ding ist, man muss halt auch dazu wissen, ich bin Südseite. Und Südseite scheint halt den ganzen Tag die Sonne drauf. Und das merkst du hier drin. Wenn ich in mein Schlafzimmer rübergehe, da ist es entspannt kalt. Eigentlich hätte ich die zwei Zimmer tauschen müssen, aber ich bin halt einfach nicht klug. Kannst du es noch tauschen oder wird das nicht geklappt? Nein, auf keinen Fall. Wie viel ich hier schon modifiziert und angepasst habe. Ich bräuchte so eine Klimaanlage, das wäre geil. Aber die braucht ja auch Strom ohne Ende, ne? Klimaanlage, glaube ich, sind so die stromintensivsten Geräte gefühlt überhaupt. Aber lohnt sich. Ja, glaube ich. Aber, yo. Oh, weißt du, was ich sehe? Siehst du das auch, was ich sehe? Ich... Nee. Was ist das? Ich sehe das hier. Ach so. Ich sehe einen schnellen Sprung. Einen schnellen Tod. Ja, ich wollte es jetzt gerade eigentlich nicht sagen, aber du hast es jetzt gesagt. Hey. Hey. Ich wollte die Waffe auch gar nicht haben. Hey. Ich kann einfach keine PK. Ne, ich kann es nicht. Da hinter dir ist übrigens eine Rave, glaube ich. Weiß nicht, was das für eine Waffe ist, aber ist sehr interessant. Oh shit. Ich kann keine Shotguns in dieser Season. Also gar nicht. Ich mag die auch nicht mehr. Das wird niemals... Doch, funktioniert sogar, Leute. Hier war, glaube ich, noch eine EP20. Da ist eine Charge-Reife, die ist gut. Ist sie gut? Ich würde sie lieber liegen lassen, ehrlich gesagt. Schade. Ja. Ich habe halt gefühlt nichts... Aber egal, wir brauchen auch nichts. Wir sind einfach... Wir machen das schon. Einfach einfach mal chill. Das ruckeln nervt mich ein bisschen. Das sind, glaube ich, welche, ne? Ist das so? Nein, ich glaube, ich glaube... Ich glaube, du lügst doch, kommst doch. Sei doch, sei doch, sei doch, Quatsch. Ist das hier wirklich keiner mehr? Jetzt glaube ich doch keiner mehr. Jetzt ist keiner mehr da. Yo. Ja, passiert. Gibt auch Glanzstunden. Oh, ich habe den wunderschönen Skin. Hat einfach das Mädchen weggenommen. John, es ist ja nicht selten. Schau mal kurz, bitte. Ist das nicht seltenes Skin? Das könnte es sein. Den habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Das ist Halloween, oder? Ja, doch, das ist ein Halloween-Skin. Ja, dieser Skelett-Skin da, der so leuchtet. Ist ja richtig, richtig MLG. Ich glaube, der war richtig selten. Und shit. Kann sein. Ich glaube, ja. Ich habe den auf jeden Fall... Den habe ich gefühlt, bin ich noch nie gesehen. Ich habe den mal die besten R-301-Skin-Video mal gesehen. Aber in Englisch. Ich wusste gar nicht, dass die R-301-Skin-R-301-Skin ist. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, hier ist jemand. Aua. Hier ist jemand, ja. Die kriegen wir easy, die sind nicht gut. Also doch, die sind gut, aber ich... Wir sind besser. Oh mein Gott. Es ruckelt so hart. Ich wirklich, ich habe Lecks. Die habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. 28 Grad im Zimmer. Aber die Lifeline war fast down. Sehr gut. Ach so, da ist noch mehr. Komm schon hoch, 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 hoch. Du musst mir auf jeden Fall Cover geben, wenn es geht. Ja, ich habe versucht. Das hat nicht so funktioniert irgendwie. Aber nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nee, der ist hochgesippt. Der ist hochgesippt, der Trotl. Ich bin wieder unten. Ich bin tot. Aber er ist hier. Aber ihr seht, egal. Egal, sie hat perpshoot. Die will gleich reißen hier. Glaube ich, aber er zieht sich noch eine Bett. Er zieht sich noch eine Bett. Alles easy. Er zieht sich noch eine Bett. Jetzt ist er gleich... Ja, jetzt verrendert er mich ab. Jetzt fackelt er mich ab. Jetzt rest er hier. Jetzt hat er hier unten ein Feuer hingeschmissen. Feuer, Feuer, Feuer. Du könntest jetzt rein. Jetzt ist er hier. Oder hast du noch den Mosambik? Das ist natürlich nicht so geil. Ja, und die hat auch nicht so ein schönes Aim irgendwie, finde ich. Okay. Verstehe. Ich bin raus auf jeden Fall. Ich sage es dir, ich kann nicht, ich kann nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Oh, 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 okay. Irgendwie süß. Ernsthaft? Der Octane lernt aber auch nicht, oder? Oh, nein. Kannst du so skillen mit der Moser? Ich treffe mit der Moser keinen einzigen Schuss. Was? Ich weiß nicht. Ich habe mich da auch nichts getroffen. Ich sage es dir. Es geht nicht. Ich weiß. Bei mir stand gerade Orientierung. Warum steht bei mir Trios? Ich glaube, wir waren gerade Trios. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Das kommt immer wieder. Das ist ein Bug. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Okay, ja, mein PC läuft gerade auf. Ich höre gerade los, die Lüfter. Die sind normalerweise nie so laut. Oh, shit. Aber ich kann ja nicht abkühlen. Wie denn? Mein Zimmer wird nicht kälter, wenn ich das Fenster aufmache, sondern wird es nur noch wärmer. Einfach Wasser drauf kippen. Ich habe gehört, das hilft. Das wäre eine gute Idee. Auf einmal Jolis und seit diesem Tag war Jolis nie wieder zu sehen. Das könnte halt echt sein. Wobei, es kommt drauf an. Ich kann auch einfach denen ein Video draus machen. Gibt es nicht Wasser, was nicht leitfähig ist? Oder so Flüssigkeit, die nicht leitfähig ist? Dann könntest du quasi den kompletten PC damit fluten. Dann würde es gehen. Es gibt sogar so einen Aquarium-PC. Ich hole mir einfach so einen Flüssigstickstoffgenerator. Den stelle ich oben an die Decke hin. Und dann kommt da immer so Rauch runter. Das würde erstens im Video verdammt cool aussehen. Und zweitens würde der Raum einfach da nochmal, nochmal, nochmal. Würde der Raum einfach saukalt sein. Das wäre schon wild. Also ich würde dir auch einen mitholen. Ich würde uns da sehen. Auf entspannt, sagst du? Auf entspannt. Das würde einfach... So viel 20.000 oder wie teuer so ein Ding ist? Keine Ahnung. Egal. Ich glaube, es sind einige gelangt. Ich habe nur eine P20. Ich kann dir nicht helfen. Aber du schickst mir das Geld. Ich hole es mir dann so. Also ich hole es mir selbst. Nein, die Wurst ist one. Es sind beide one. Hinter dir, hinter dir. Ich kann nichts machen. Ne, keine Chance. Keine Chance. Not a chance. Wo ist denn jetzt die... Okay, 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 okay. Warte, warte, warte. Achtung. Ich komme bei meiner Kiste. Oh nein. Einfach besser. Oh nein, da kommen schon wieder welche. Weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, hier lag die ganze Zeit in 3-1. Perfekt. Okay, warte. Hätte ich gerne gehabt. Ja, ich auch. Au, au, au. Ich höre sie schon, ich höre sie schon. Ich höre sie schon. Ich werde sie gleich unter dir, glaube ich. Äh, ja. Huiiii. Jabbudu. Boah, das ist so geil mit Horizon, ne? Warum höre ich die Steps so, als wären sie direkt neben mir? Ich fühle mich auch. Ich fühle mich auch. Die sind halt da oben, ne? Aber ich höre die gerade... Oh, ne, die sind hier unten. Die sind hier einfach hinterher gesprungen. Ähm. Das stellt in der Tat ein kleines Problem dar. Ja, könnte problematisch werden. Ja. Könnte tatsächlich problematisch werden. Das, äh... Aber macht Spaß. Ist geil. Ich habe eine gute Zeit, auf jeden Fall. Keine Sorge, ich will schon. Ich freue mich. Alles gut. Fall auf, Achtung. Kein Stress, kein Stress. Jetzt, jetzt, jetzt. Er steht gleich unter mir vor der Tür. Achtung. Okay, ja. Da ist er. Das ist das Beste an der Rampage, Alter. Geil. Damit berechnet einfach... Damit das vergesst selbst ich, dass die Rampage das kann. Ich dachte immer so, ja, das ist nur Sheila Exclusive, so gefühlt. Aber das vergesst jeder. Und damit kannst du wirklich alle Hops nehmen. Das ist das einzig Geile an der Waffe. Man hat auch gesehen, dass die das nicht erwartet hat. Sie hat die null gekommen sehen. Die ist schon mal Pursy für dich. Oh, nice. Ja, ja, ja. Nur das Beste für dich natürlich, klar. Kennt man doch. So, hier ist auch schon genootet worden, aber irgendwie noch nicht. Und irgendwie doch. Ich habe uns auf jeden Fall schon mal Matzei-Allian gesichert. Das ist gut. Oh ja, 30 Stück schon. Sehr gerne. Hier sind nur Mags in den Boxen gewesen. Oh, hier sind welche. Oh ja, ich habe es gesehen. Ich komme. Ich bin am Weg. Okay, aber ich bin weggekommen. Immerhin. Wie toll war nochmal eine Waffe? 30? Das ist irgendwie nicht so geil, dass der Horizon Lift nicht mehr so accurate ist, aber... Ich habe, glaube ich, ein kleines... Ja, egal. Nee, Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber der Parfiner könnte zu mir hochkrabbeln. Macht er, denke ich aber nicht. Er traut sich doch gar nicht. Hast du eine Thermikgranate übrig? Habe ich, ja. Habe ich tatsächlich. Ich kann es dir nur schlecht hier zuhochwerfen. Der kommt zu... Ich helfe dir. Parfiner is one! Achso! Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt dies mit dem Aim der Leute nicht. Das ist teilweise unlegit. Oh, er ist one. Er ist one, one. Nice. Warte, ich... Ich habe dir mal die Thermikgranate hingeschmissen. Danke. Er hat eine Doppel-R90 gehabt. Holy shit. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwas stimmt mit dem Aim der Leute in dieser Season nicht. Witzig, dass Casper... Oh, der ist ja genau raus. Vorhin ein Video dazu gemacht hat. Aim ist es broken in Season 17. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber wenn er mir jetzt erzählt, dass einfach irgendwas wirklich am Aim ist es verkackt wurde. Und ich deswegen die ganze Zeit so gebeamt wurde. Der hat gerade Retalk. Bestimmt... Acht Schüsse nur Headshot getroffen. Ähm, 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 wo... Ja, warte, warte, warte. Also hier. Moment. Lass mich kurz die Thermikgranate laden. Durchladen. Durchatmen, durchstarten. Okay, ich komme. Ich schmeiße einfach meine Ult auf die drauf, die Affen. Komm, machen wir einfach so. Ah, so. Ey, Junge, das ist echt nicht normal. Ich sag's dir, wie es ist. Es ist wirklich nicht normal. Ich habe die Rafe. Oh nein. Alles cool. Meine Ult hat die Komplikops genommen. Nice. Aber ey, wirklich, ich weiß nicht. Also irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Das Aim hat sich verändert. Oder irgendwas ist auf jeden Fall anders. Scheiße. Oh, ein Heat Shield. Ich habe seitdem dieses komische Ewag Tower Ding drin ist, habe ich nur noch Ewag Tower dabei. Ich habe nie wieder Heat Shield mitgenommen. Fühlig, fühlig. Das ist auch so ein geiles Tool einfach. Warte, ich stelle hier gleich einen auf. Kann man hier einen aufstellen? Müsste man eigentlich. Ich probiere es mal. Ja, geht. Optimal. Dann flüchten wir. Möchtest du zusammen mit mir flüchten? Wir sind Bonnie und Clyde. Das tun wir machen. Wir reiten auf Amadeus und Sabrina. Sie reiten geschwind. Geil. Ich weiß nicht, wie das gegen Bibi und Tina, Blacky und Joel ist. Das ist doch fast das Gleiche. Sie reiten. Aber geschwind gefällt mir jetzt nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht. Also, sei ich dir ehrlich. Je nach Interpretationsweise ist das schon. Ach so. Nein, bitte nicht. Das drifft gerade hier in Sphären ab, die zwar interessant sind, aber YouTube unfreundlich. Sagen wir es mal so. Bei 10.000 Abos. Bei 10.000 Abos Special. Oh, nee. Warte. Ich mache es dir mal ein Pad vor. Guck mal, es ist einfach perfekt gelandet. Perfekt. Aber du bist halt einfach durch und durch perfekt. Das hat keiner bezweifelt. Der Elfenbeinpass ist das hier. Warum auch immer der so heißt? Der stand bei mir gerade dabei, dieser Location. Ey, war schau, ne? Ich habe wieder meine griffigen Begriffe. Zelda-Vibes. Zelda-Vibes. Da habe ich jetzt wieder Lust auf Zelda. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mitten in der Runde rausquitten. Oh, schau mal. In Zelda reingehen. Ein Geschenk. Einfach für uns? Ein Geschenk für Zelda. Ein Geschenk für Zelda. Oh, du hast dir genau das genommen, was ich wollte. Was wolltest du nehmen? Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Das ist Zweifelskopf? Nee, 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 nee. Nimm's dir. Ist gut. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht, weißt du. Dann, wenn die Ausschau vorbei ist, heißt es wieder... Boah, Joel, das ist so ein Affe, weißt du. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich es gesagt habe. Hier ist nur einer, der versteckt sich unter dem Stein. Und ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn dabei beobachtet. Ich bin nämlich ein kranker Stalker. Okay, wir pushen ihn, oder? Ich glaube, er ist mittlerweile weg. Ah. Vielleicht steht er in einem Busch. Ja, er ist weg. Er ist weg. Er ist hier hochgesippt gerade. Lass uns in diese Richtung gehen, ihr Lieben. So ein... Kriegen wir hin. Schlingeln. Der Schlingel? So ein Schlingel, ja. Einfach weggesippt vor uns. So ein Zipper aber auch. Mag die Zipper immer nicht. Ich glaube, hier müsste... Ja, da steht jemand an der Box. Oh! Er kann mich, sie nicht bewegen. Das ist der einzige Nachteil, den du als Controller-Spiel aktuell hast. Dich in Death-Boxen nicht bewegen zu können. Das ist irgendwie belastend. Das ist so mies. Aber ich meine, wie kannst du das? Es geht halt technisch nicht. Weil wie? Du musstest ja irgendwo noch mal ein Knüppel... Ein Knüppel packt den Knüppel aus. So einen dritten Knüppel. Da kommt was! Ich habe einen E-Vectower. Oh, was? Sind welche? Ich weiß. Das ist ja eigentlich geschrien. Ich schrei immer, wenn was kommt. Weißt du, was lustig ist? Im Discord, wenn du schreist, dann wird das immer rausgecuttet. Das wird nicht so richtig... Ich habe einfach alles daneben gewastet. Ich habe alles daneben gewastet. Ich höre, wie du anfängst zu schreien, aber... Ah, das ist geil. Den Schrei höre ich nicht. Ich push den von hinten. Und ich push von rechts. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Okay. Einfach eine Sheila. Aber die hast du, oder? Rampage gegen Sheila. Let's go. Ich werde von hinten abgeballern. Was? Das sind auch welche? Ja. Oh. Ja, okay. Das ist jetzt... Ähm... Ich werde dich holen. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Ich werde dich retten. Nein, nicht so weit. Horizon, jetzt nicht. Ich werde dich retten. I will save your soul. You're my heart. You're my soul. Oder so. Ich weiß nicht, wie der Song von Dida geht. Dida! I love you. Lieber nicht zu viel nachsingen, I guess. Nicht das hier... Ach, schmarrn, Dida. Dida nimmt es mir nicht so krumm, wenn ich das mache. Hi. So, ja, gut dann. Ich bin doch mit Dida... Bin doch mit Dida best friend. Musst du nicht? Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es. Was ist denn hier los? Holy shit, wie viele sind hier? What the hell? What the hell? What the hell? Ich hasse die Rampage, wenn sie nicht gecharged ist. Aber du hast ihn geholt? Holy shit. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, wie. Du bist einfach besser. Du bist einfach besser hinter dir, glaube ich. Nein, das ist nicht durch. Ich bin so angespannt. Mama! Oh. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Das war keine Bett. Das war eine Cell. Nein, 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 nein. Ich will den kriegen. Ist es echt, glaube ich? Easy, easy, komm. Er hat geswappt. Nein, du bist ausgetimt. Wieso bist du ausgetimt? Er hat doch schon X-Men geswappt. Hol dir einfach die Bakery, hol dir die Bakery, hol dir die Bakery. Hä, wo ist sie hin? Die ist unter dir, glaube ich. Die ist einmal wieder runtergesprungen, wo du hochgegangen bist. Ich habe so Angst vor dir, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist mein Endgegner. Deswegen! Ich habe so Angst vor dir. Mama, hilf mir doch. Tom, die hast du. Easy, easy, easy. Ich habe so kranke Legs. Ich habe so... Nein, keine Chance. Ich habe so kranke... Bitte! Oh, mein Gott! Es ist so Klaus gewesen. Alter! Ich habe so kranke Legs. Ich kann nicht aimen mit diesen Legs. Es hat 29 Grad in dem Zimmer. 29! Und sie ist one gewesen. Ja, ich weiß, dass sie one war. Aber es hat 29 Grad hier drin. Und ich kann nichts dagegen tun. Weil mein PC laggt, weil er nichts... Ja, die Grafikkarte steht auf Stress 900. Und mag nicht mehr. Aber ich glaube, die Vague, die fühlt sich jetzt gerade genau wie du. Ich glaube, die ist auch außer Atem. War interessant irgendwie. Ja. Aber die ging doch schon, oder? Wie, die ging? Ja, ich meine, acht Kills. Ja, die war ganz nett eigentlich. Acht Kills. Ja. Kann man mal machen. Oder? Ja, acht Kills. 1657 Schaden. Das ist okay. Das geht eigentlich. Das ist okay. Das ist okay. Geht. Geht eigentlich. Geht. Geht. Oh, Mann. Ich bin... Ich muss so einen... Mein PC muss aus. Der braucht genauso jetzt eine Pause wie ich. Wenn es euch trotzdem gefallen hat. Danke nochmal an Blacky, dass er dabei war. Wir haben einfach nur Chaos gestiftet, so. Warum nicht? Wenn es euch gefallen hat, gerne positiv bewerten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020